hallo ich begrüße euch bei conny canarias spanisch mit conny ja und hier geht das mal um die vögel wir haben hier die taube la paloma und wir haben die möwe la gaviota das ist eine junge gaviota und das hier ist wahrscheinlich die mama gaviota wir haben die felsen im wasser die felsen las rocas das meer el mar el barco de vela das segelboot el barco de vela und so wie es aussieht haben die da unten irgendwie ein kleines nest nehme ich an denn da sind noch mehr von den mögen es ist aber ein bisschen schwer zu erkennen ich möchte die auch nicht verscheuchen ja da haben wir die küste la costa la costa ja hier ist ganz schön bewege mit den mögen ja hier haben wir den ice salon der ice salon la heladeria heladeria der supermarkt el supermercado el supermercado und dahinter ist das einkaufszentrum el centro comercial el centro comercial el centro comercial die palme la palmera la palmera la palmera und hier haben wir wieder die baby möwe la gaviota bebe sieht noch ganz struppig aus so das war mal heute so ein etwas anderer eindruck und ich bedanke mich vielen dank an meine ganzen abonnenten und wir hören uns wieder und sage hasta manana bis morgen